Wir sprechen über Mr. Kuller. Wir gehen in den Nachmittag und sehen Mr. Kuller L.E. gegen eine starke Mannschaft, Masembe, die körperlich, physisch extrem viel Power hat, in welchen Spielen es auch gezeigt hat. Und ich wusste, dass sie das hier natürlich auch wieder versuchen werden. Das natürlich auch auf Rasen ist ein bisschen anders als auf Kunstrasen. Aber wir haben unglaublich gekämpft, gefeitet. Wir waren nah dran. Wir haben nicht viele Möglichkeiten zugelassen in der Defensive. Und ja, haben dann schlussendlich auch noch die Klasse gehabt, nach vorne mehr Power zu bringen und Tore zu schiessen. Und ja, es ist ein unglaubliches Lob an die Mannschaft, die wirklich als Einheit aufgetreten ist und dementsprechend den Sieg verdient hat. Vielen Dank. 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 Ich gratuliere dann 20 Spiele in Folge ohne Niederlage. Wir hoffen dann 21. Frage. Sie haben sich gerade für einen Beitrag von einem gewisse Strafbund gewonnen. Tiefvall war sicherlich. Sie haben sich überlekt immer gewonnen. Sie haben sich verm�elt die Erwartung gewonnen. Für Sie haben selbst nie gewonnen. haben, verdient, dann qualifiziert, aber man hat dann Probleme gesehen defensiv, besonders dann in den Standards. In den Standards defensiv hat man Schwächen gesehen, die waren alle ganz gefährlich dann gegen Ali, vielleicht hätte Ali nicht qualifiziert wegen sowas, im Derby gegen Samalik hat man auch verloren, wegen dann Standards. Wie werden Sie das Problem lösen dann bis zum Finale? Ja, das ist halt einfach so, dass dann, wenn das der Fall ist, wir können das vorbereiten als Trainer. Wir brauchen aber natürlich auch die Spieler, die auf dem Platz Entscheidungen treffen, die Organisation auch weitergeben. Wir versuchen die Zuteilung vorgängig zu machen, ist dann aber natürlich auch entscheidend, wenn der Gegner jemand auswechselt und ein anderer reinkommt, dass ich dann den übernehme. Und das kann natürlich ein Problem sein, aber ich glaube jetzt, Masembe war auch extrem stark mit sehr viel Power. Das haben wir im Hinspiel auch gesehen, dass sie damit, ist auch ihr Spiel, dass sie versuchen, Fouls rauszuholen, dass sie dann mit Standards ihre Qualität damit dazunehmen. Und das ist natürlich auch nicht in jedem Spiel so, aber grundsätzlich ist es natürlich der Fall, dass man nah am Mann sein muss, dass jeder seinen Gegenspieler hat und den muss er richtig verteidigen. Und da kann er nicht nur auf Distanz decken, sondern muss richtig nah an ihm dran sein und muss natürlich auch das Ziel haben, diesen Kopfball oder dieses Kopfball-Duell zu gewinnen. Wir sprechen über die Zuteilung vorgängig zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wissen schon, dass Sie immer die Mannschaften in diesem Wettbewerb angeschaut haben. Sie schauen über andere Spiele. Was ist der Unterschied zwischen Esperanz dieses Jahr und letztes Jahr? El Ahli hat dann die letzten vier Spiele gegen Esperanz gewonnen. Gibt es El Ahli psychisch dann einen Vorteil gegenüber von Esperanz, dass El Ahli viermal gewonnen hat hintereinander? Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich für die Fans oder für die Journalisten so, dass man vielleicht dann denkt, dass das ein Vorteil sein kann. Aber ich habe jetzt Esperanz noch kein Spiel gesehen aktuell. Die haben ja auch einen neuen Trainer, die haben neue Spieler dazu bekommen. Und ich werde mich jetzt dann die nächsten Wochen mit ihnen beschäftigen und dann schauen, was möglich ist oder wie es dann aussieht. Aber ich kann jetzt noch keinen Bericht abgeben, wie sie spielen. Sie haben zweimal gegen Sundance gewonnen, also sind sie sicher eine sehr starke Mannschaft, weil Sundance ist auch ein Top-Team. Und ja, wir haben gewonnen. Das ist aber natürlich auch schon vergangene Zeit wieder. Und dementsprechend wird das sicher zwei ganz andere Spiele geben, als wir in der Vergangenheit gespielt haben. Ich glaube, das ist ein Problem. Marcel Kuller, Coach of Ali, thank you so much. Thank you, Dr. Dr. Thank you.